Blue Control ist ein Bluetooth-System, das serienmäßig in den neuen Steuerungen 545 und 560 integriert ist. Dieses vereinfacht die fachgerechte Inbetriebnahme von Industrietor-Anlagen per App und ermöglicht beim Service- und Wartungseinsatz den Zugriff auf wichtige Tordaten ohne Internetverbindung. Bei der Inbetriebnahme erfolgt die Verbindung zur Steuerung durch einfaches Scannen des QR-Codes. Ein weiterer QR-Code auf dem Typenschild unserer Industrietore enthält alle relevanten Daten, wie zum Beispiel Torabmessungen und Gewicht. In Reichweite von 5 bis 10 Metern ermöglicht die Blue Control App so einen schnellen Überblick über alle Menüeinstellungen in Klartext sowie das Auslesen von Ereignissen und Fehlern mit Zeitstempel. Zudem können wichtige Meldungen und Steuerungsdaten archiviert, weitergeleitet oder für die Programmierung identischer Toranlagen als Vorlagen gespeichert werden. Das spart wertvolle Zeit und senkt die Kosten. Die Blue Control App steht kostenlos für das Betriebssystem von Apple ab iOS 11, Android ab 5.0 und Windows 10 zum Download bereit. Die Blue Control App steht kostenlos für die Programmierung.